Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu, ja, Let's Play Super Mario Sunshine! Okay, ich hör auf, ihr werdet mich so oft singen hören, denn die Musik in dem Teil hier, also in dem Spiel hier ist echt richtig gut. ... ... ... ... sitzt Das war's. 2 3 4 5 4 5 5 6 7 8 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 16 16 15 16 16 19 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 26 22 22 22 ... Du 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 Musik t проп Mal Quack 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 Ja, okay. Du 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 So. So. Hier sind die roten Münzen extra scheiße, das weiß ich noch. Okay, ich weiss auf, ich konzentriere mich jetzt. Nice! Nice! Ich bin gerade echt positiv überrascht von mir selbst. Wahrscheinlich für den lieben Zwergi sehr viel Material für Blackie singt. Ich kann es aber nicht glauben, dass er das tatsächlich macht. Auf jeden Fall, für jetzt, tschüss, tschüss, tschau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Berettet das Video, wenn ihr wollt. Gut, damit sage ich dann tschüss und bis zum nächsten Part. Danke, Schatzi. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020